Die ungarische Sozialistische Partei ist eine sozialdemokratische Partei in Ungarn. Geschichte Die MSZP ging nach der Wende 1989 aus der bisherigen Kommunistischen Einheitspartei der ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei MSZMP hervor. Politikwissenschaftler betonen, dass die Sozialistische Partei trotz ihres Bekenntnisses zur Sozialdemokratie einen eher deideologisierten, pragmatischen Kurs verfolge. Seit 1990 war Güler Horn Vorsitzender der Partei. Bei den ersten freien Parlamentswahlen in Ungarn konnte die Partei rund 10% der Stimmen erringen und ging in die Opposition. Güler Horn wurde vom damaligen Staatspräsidenten Arpad Gönsch mit der Regierungsbildung beauftragt. Horn bildete ungeachtet der absoluten Mehrheit der MSZP eine Koalition zwischen der MSZP und dem liberalen Bund freier Demokraten SZDSZ. Im Jahre 1995 wurde im Rahmen einer Austeritätspolitik eine Reihe von Maßnahmen zur Sanierung des Staatshaushaltes durchgeführt. Das sogenannte Bocross-Paket. Die Sozialistische Partei verfolgte den orthodoxen Neoliberalismus treuer als die Rechtsparteien des Landes. Sie unterstützte schnelle Privatisierung, Studiengebühren und Beschränkung des Wohlfahrtsstaates. Bei den Parlamentswahlen im Mai 1998 verlor die Koalition der MSZP und der SZDSZ ihre Stimmenmehrheit und wurde von einer Koalition bürgerlicher Kräfte unter Führung der rechtskonservativen Fides abgelöst. Die MSZP ging in die Opposition. Daraufhin legte Horn im September 1998 das Amt nieder. Sein Nachfolger als Vorsitzender der Partei wurde der bisherige Außenminister Laszlo Kovac, der bis 2004 in dieser Position blieb und von Istvenhilla abgelöst wurde. Bei der nächsten Wahl 2002 schickte die MSZP als Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt den Finanzminister der früheren Regierung Horn-Peter. Matt Giaci ins Rennen, der die Wahl knapp für sich entscheiden konnte. Wieder entstand eine Koalition mit der SZDSZ. Als sich herausstellte, dass Matt Giaci mehrere Jahre lang für den kommunistischen Geheimdienst Ungarns gearbeitet hatte, trat er im September 2004 aufgrund innerkoalitionärer Streitigkeiten zurück. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde sein strategischer Ratgeber und späterer Sportminister. Verenig Günachs Enni, zugleich einer der wohlhabendsten Unternehmer des Landes, der sich innerhalb der Partei mit großer Mehrheit gegen Matt Giacis Stellvertreter Peter Kiss durchsetzen konnte. Zuvor war Günachs Enni 2003 in den Parteiausschuss und 2004 zum Präsidenten der Parteiorganisation im Komitat Gürmoson-Schopron gewählt worden. Von letzterem Amt tat er vor seiner Vereidigung als Ministerpräsident am 4. Oktober 2004 zurück. Damals war die MSZP im ungarischen Parlament mit 178 Sitzen vertreten und stellte in der MSZP-SZDSZ-Regierung die größere der beiden Regierungsparteien. Bei der Wahl des Staatspräsidenten 2005, der in Ungarn vom Parlament gewählt wird, stellte die MSZP als Kandidatin Katalin Szili auf. Die damalige Präsidentin des Parlaments. Szili wäre das erste weibliche Staatsoberhaupt Ungarns gewesen. Ihr blieb jedoch die Unterstützung des Koalitionspartners verwehrt. Weswegen der von der Opposition gestützte Laszlo Soljom die Wahl für sich entscheiden konnte. Die Koalition von MSZP und SZDSZ wurde bei der Parlamentswahl in Ungarn 2006 zwar im Amt bestätigt. Nach den Wahlen tauchte jedoch in den Medien ein Tonband des Ministerpräsidenten Ferenc Gyaksenny auf, indem er zugab, die Wähler belogen zu haben. Es folgten wochenlange Bürgerproteste, von denen sich die Koalition nicht mehr erholen konnte. Ferenc Gyaksenny übernahm 2007 den Parteivorsitz. Nach einem verlorenen Referendum, bei dem sich 82% der Bürger gegen von der Regierung favorisierte Reformen gestimmt hatten, verließ die SZDSZ die Koalition, stützte aber weiterhin ein Minderheitenkabinett der MSZP. Schließlich erklärte Ferenc Gyaksenny im Frühjahr 2009 sein Verzicht auf beide Ämter. Neuer Ministerpräsident wurde der parteilose Gordon Beiney, neue Parteivorsitzende, die Fraktionsvorsitzende im Parlament, die Kulentwe. Bei der Europawahl 2009 erreichte die Partei ein Ergebnis von 17,4% und vier Sitze. Die vom Spitzenkandidaten Attila Mesterhazy angeführte MSZP verlor die ungarische Parlamentswahl 2010 deutlich. Zur Wahlniederlage dürften sowohl die schlechte Lage der ungarischen Wirtschaft als auch ein Verlust der sozialdemokratischen Programmatik beigetragen haben. Kritikern zufolge sei die Partei nach rechts gerückt und habe eine stark wirtschaftsliberale Politik verfolgt. Wobei das sozialdemokratische Profil verloren gegangen sei. Die Sozialisten konnten nur 19,3% der Stimmen und damit 58 Sitze im Parlament erzielen. Damit sind sie die stimmstärkste Oppositionspartei, die nationalkonservative Partei Fidesz, die nunmehr die Regierung bildet. Verfügt über eine Zweidrittelmehrheit. Mesterhazy übernahm nach den Wahlen auch den Parteivorsitz. Weiter geschwächt wurde die Partei in der folgenden Legislatur jedoch dadurch. Das Verenig-Güax-Ni 2011 die Partei verließ und mit der Demokratikus-Koalizio-DT, demokratischen Koalition, eine eigene Partei ins Leben rief. Auch der ehemalige Ministerpräsident Gordon Beinei gründete 2013 eine eigene Partei. Bei den Parlamentswahlen 2014 konnte die MSZP im Wahlbündnis SC-Vogas 2014 mit den anderen sozial- bzw. sozial-liberalen Kräften ihren Stimmenanteil auf 25,6% steigern, blieb jedoch in der Opposition. Da die Sitzanzahl im Parlament erheblich verkleinert wurde, kommt das Wahlbündnis trotz der Zugewinne nur noch auf 38 Sitze. Bei der Europawahl 2014 konnte die MSZP nur knapp 11% der Stimmen holen und erreichte zwei Mandate im Europaparlament. Nach den Wahlen legte Mester Heysi den Parteivorsitz nieder. Neuer Vorsitzender wurde im Juli 2014 Josef Tobias. Die MSZP wurde 1993 eine Beobachterpartei der Sozialistischen Internationale, seit 1996 ist sie Vollmitglied der SI-Parlamentsmandate der MSZP seit 1990 bekannte Mitglieder der MSZP. Güla Horn, Ministerpräsident von 1994 bis 1998. Laszlo Kovac, früherer Parteivorsitzender von 1998 bis 2004, Außenminister und späterer EU-Kommissar für Steuer- und Zollpolitik. Ist-Wen-Hiller, ehemaliger Parteivorsitzender von 2004 bis 2007. Verenig-Günax-Enny, Ministerpräsident von Oktober 2004 bis zum 14. April 2009 und Parteivorsitzender von 2007 bis April 2009.